Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video! Eine Blitzberatung Eine Blitzberatung ist dafür gedacht, dass ihr blitzschnell eure Entlegung bekommt. Selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Berilla, ich grüße dich. Du möchtest wissen, ob sie jemand hat, wie wird die Kontakt sein, kommt noch eine Annäherung und das klären wir bei dieser Legung. Deine jetzige momentane Situation beschreibt hier dieses Bild und das zeigt die ganze Welt. Das steht in Verbindung zum Reisen oder weltoffen zu sein. Mit vielen Themen beschäftigen, neue Kontakte suchen, das zum Pflegen, zeigt diese Offenheit und auch diese Bewegung. Die Fokus ist nicht sie, sondern die Fokus ist dein Welt. Was ist ihr Thema gerade? In welcher Situation befindet sie sich momentan? Das zeigt hier dieses Bild. Viele, viele Eindrücke und Gespräche von außen, weil die Luft-Element symbolisiert, auch Nachrichten, auch Gesprächen. Aber das ist nicht befreiend oder erfreulich, sondern sie möchte am liebsten verstecken. Das ist eher etwas, wo sie herausfordert. Sie steht in einer großen Herausforderung. Außerdem bedeutet diese Karte auch, befreit zu sein von Ängsten. So wie Erzengel Michael befreit uns von unseren Ängsten mit seinem Lichtschwert. Und hier in diesem Boden, wo sie gerade sich befindet, das ist alles instabil. Und sie hat Angst und Zweifel und versucht sich neu orientieren oder klare Entscheidungen treffen. In diesem Bild erscheint die Zahl 7. Und die Zahl 7 steht in Verbindung zum Mondkraft. Und das bedeutet Empfängnis, Empfangen etwas. Und das heißt Gespräche, Kommunikation, Nachricht. Es kommen zwar viele Eindrücke von außen, aber nicht das, was sie wünscht. Sie hofft, dass von dir kommt eine Nachricht. Mond bedeutet auch, die Träume verwirklichen, die Sehnsüchte, das Unbewusste. Also das hat auch mit ihren Gefühlen etwas zu tun. Was verbindet euch beide? Das zeigt hier dieses Herz. Aber das ist auch gebrochen. Und das sind die Erinnerungen. Es ist keine dritte Person hier. Höchstens die Erinnerungen an die Vergangenheit. Natürlich, dann spielt eine andere Person schon eine Rolle, aber nicht im Gegenwart. Sondern das heißt, euch beide verbindet dieses Herz. Aber davon ist drei schon gebrochen. Und das zeigt die Erinnerungen. Oft bedeutet das Kindheitserinnerungen. Es sind Tränen. Im Gegenwart ist wichtig, all das Verinnerlichen abwarten, innerlich etwas stärken. Hier braucht man Heilung. Also es wäre nicht gut, diese Liebe jetzt schon leben. Ihr braucht Zeit, die Vergangenheit abschließen. Ihr braucht die Herzheilung. Ihr braucht die Herzheilung. Oder sie braucht die Herzheilung. Und dann kommt die Zukunft. Und das, was euch verbindet. Und das ist diese beiden Herz. Die eine Herz ist deins. Die andere Herz ist ihr. Also die zwei Herzen, was euch verbindet. Was stört? Das sind die Erinnerungen. Und das sind mit Tränen verbunden. Und hier braucht man gerade die Herzheilung. Welche Schritte sollst du tun? Was kommt als nächstes? Das zeigt hier diese drei Karten. Sie ist die Königin über die Herz. Und Herz bedeutet Herzensangelegenheit. Und das heißt euren Liebe. Aber auch Eigenliebe. Selbstliebe ist auch sehr wichtig. Also stehe zu dir selbst. Öffne dein Herz auf Herzensangelegenheiten. Und das ist nicht nur die Liebe, sondern alles, wo du mit Herz und Seele dabei bist. Hobby oder Berufung oder Kunst, Kreativität oder Reisen oder Sport, Bewegung oder Familie oder Natur. Wie auch immer. Natürlich kommt noch Liebe, Partnerschaft auch dazu. Aber stärke dein Herz. Die zweite Karte bedeutet, beherrsche die Luft-Elemente. Und das heißt Ängste loslassen, die Unsicherheit überwinden, mehr zum Leichtigkeit kommen, etwas spielerisch betrachten. Die Schmetterlinge symbolisieren die Transformation, diese Erneuerungsprozesse, dass du zu diesem Leichtigkeit auch kommst und lebst die Kreativität und die Spiritualität, weil da bist du mit Herz dabei. Außerdem, die Luft-Elemente vermittelt auch Worten, also handelt sich auch um Kommunikation. Und diese Eremit hat auch eine Bedeutung, spricht möglichst wenig über diese Herzensangelegenheit. Die Eremit bedeutet bezüglich auch die Worte, die Worte verschlucken oder schweigen. Worüber sollst du schweigen? Über dein Herzensangelegenheit, über diese Liebe, das soll von ihr kommen. Dann hast du die Bestätigung. Aber zeige das mit einer Berührung, aber nicht mit Worten. Die Eremit bedeutet eine spirituelle Richtung und das, was dich gerade befreit, aber vertraue an diesem Liebe auch, dass sie entgegenkommt und dass euch beide dieses Herz verbindet. Möglich ist auch, und das sagt mein Gefühl, das wäre wichtig, wenn du zurückziehst, meditierst über diese Herzheilung und gibst ihm energetisch die Kraft, dass bei ihr diese Herzheilung stattfindet. Und dass dieses Gespräch, die Königin über die Luft-Elemente und das heißt auch Kommunikation, würde dann Telepathie eine energetische Verbindung bedeuten. Jetzt schauen wir ihre Schritte an. Die erste Karte zeigt ein Herz mit sehr, sehr vielen Tränen. Und die Fischen schwimmen hier im Wasser. So wie bei Tierkreis zeichnen Fischen die Wasserelemente symbolisiert die Gefühle. Und in diesem Sternbild gibt es auch zwei Fischen. Und diese beiden Fischen schwimmen im Ozean die Gefühle. Die eine hat Angst und zweifelt an allem und das blockiert. Die andere ist im Vertrauen und hat eine Vision, eine Vorstellung und vertraut das Fluss des Lebens. Und genau das zeigt hier dieses Bild, diese Art von Transformation. Diese schwarzen Herzen zeigen die Leid, die Trauer und Tränen. Auch Verlustangst, weil dadurch entsteht auch Ängste. und das ist hier die eine Richtung und das blockiert. Und die andere Richtung steigt alles nach oben, kommt mehr zum Vertrauen und vertraut das Fluss des Lebens und das, was sie braucht. Und sie befindet sich gerade in dieser Transformation. Sie braucht dazu Zeit, weil die Münzen zeigen das Geduld. Münzen stehen in Verbindung zum Erte-Element. Und Erte-Element zeigt zwar die Taten, die Realität, aber auch Geduld. Sie braucht noch Zeit für diese Heilung. Dann kommt aber das im Taten, weil die Erte-Element möchte die Realität leben. Sie beobachtet oder ich würde sogar sagen, du sollst diese Haltung einnehmen. Beobachte diese Geschehen, bis dieser Baum wächst und dehnt und Früchte trägt. Und du gibst die Halt, die Sicherheit und die Stabilität auch für sie. Was kommt als nächstes? Das zeigt die Verbindung. Die Verbindung zwischen euch beiden. Wieder die Luft-Elemente und das heißt Leitigkeit und auch Kommunikation. Und ihr werdet etwas klären. Ihr werdet miteinander reden und diese Verbindung, dieser Kontakt kommt. Ich befrage mein Pendel. Hat sie jemand? Ja, nein oder vielleicht. Dieser vielleicht würde bedeuten, das ist nicht ganzes, nicht halbes oder kann auch ein Hinweis sein. Wir sollen diese Frage momentan nicht stellen. Geht sie fremd? Hat sie jemand? Ja, nein oder vielleicht? Die Antwort ist nein, sie hat niemand. Sie hat nur Schmerz und Tränen. Liebe Berilla, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal. Eure Dendera Susanna Medici. Eure Dendera Susanna Medici.